m auch jetzt ist es fertig okay so hätte ich auch warten können Hälte ich natürlich auch aber dann hättest du ja nichts meckern gehabt ne m zu ich lass das mal ohne kommentiert Lass das mal unkommentiert genau das ist ja gar nicht ich muss da ich bin ich bin ich bin ich bin ich ich bin ich bin ich bin weg z nö nö alter wo bist du denn schon wieder ja du wartest nicht auf mich da alter du läufst ja auch nö 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 ganzen nö 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 falsche richtung da lauf ich nur hinterher auch da ist es fertig? hm? ja schön dann geben wir ab oder? ja ist toll mhm, das ist toll jetzt zick nicht rum ja hm 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 ich frage mich wie groß dieses Gebiet ist bevor man irgendwie rauskommt und was danach so kommt, ne? hm weiß ich nicht soll ich dir folgen, oder? nein, ich folge dir, weil ich dann falsch rumlaufe hm 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 ja 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 wenn man so ein Pro-Gamer ist, dann mag man nicht, wenn äh äh ein weiblicher Spieler oder Spielerin dann manchmal doch irgendwas weiß hm ich werd aufsteigen ja ja müssen wir doch mal gucken, ich hab gar keine Ahnung ein zu ein nicht und höre die Effekte von Augenstrahl ist schade da raus 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 mit den Schaden von Teufels raus und wenn Teufels raus muss, es ein Ziel Was nimmst du denn? Kauspalten, oder? Teufelsmaesterschein Aaaaah Ja ja, ich seh grad, da steht noch Chaosstoß, fügt am weiteren Ziel zusätzlich 50% der Schaden zu. Ist natürlich unsinnig wenn du kein weiteres Ziel da hast. Ja, also ich hab die Talentspunkte noch nicht mehr anschauen können oder hab ich mir noch nicht angeschaut? Ja wir machen jetzt erstmal nach unserem Gusto hier so wie wir es für richtig halten und zur Not muss man halt dann Talente verlieren und wieder nur vergeben, ne? Die Punkte. Das ist ja auch kein Beinbruch, ne? Eigentlich. So, what have we now? Willst du nach links oder rechts öffnen? Die Zahl ist legion, ne, komm, jetzt folge ich dir mal. Dann will ich nach links. Oh, gut, schwecken. Da, äh, da ist noch eine Kirste, wir können wieder sehen. Ich würde mich ja auf eure Ankunft freuen, wenn ihr nur eine Chance hättet zu überleben. Wenn die Brücke hat Corvaz eine Schleise, er weiß nicht, wie nicht davon kommt, dem Monen ist das Spiel. Wie am ist das? Selbst von dir oben fühle ich eure Angst. G kicked Dissern? Gıı ihr einen von vloggerrendo durch? Was entwürdig ist,ved Anytime oder?」 Nein, nein, gar nicht. So, nicht 듣d schon? Die Erscheinen ja minha oog. Oh Hier ist Vorsicht Ach der, wir können doch fliehen Oh Das war aber knapp Ich drück manchmal glaube ich zu oft oder so Ich glaube an die können wir einfach vorbei Die greifen uns nicht an Ne? Weil die kämpfen Die würden uns hier angreifen, aber Ja, die hat mich angegriffen Oh, die Kuh Tja Das hat man gefallen Wenn man mir den Nagel lang klauen will Ja Wenn man mir den Nagel brechen möchte Also ich muss die Sicht hier mit der Leiste irgendwie ändern Das geht mit diesen Leisten Das gefällt mir gar nicht Alter, wie groß sind das denn? Da muss man irgendwas machen Ja, ich Kann das sein, dass wir Ne, ne Da kommt sie schon Wer kommt? Hier ist was Helfer, Helfer Helfer, Helfer Oh Guck mal, die haben das eingefallen Höh Gilt das auch fit ist? Äh, jo Also jetzt wo ich gemacht hab, ja Da drüben ist noch was Erfüllt unseren Pakt Und eilt ihnen zu Hilfe Guck mal hier hoch Oh Ich zieh noch ab Uiuiui Ja Och scheiß Ich glaube wir sterben Ey, wieso gehst du da ran? Sagst du was Weiß ich nicht Weiß ich nicht Oh Oh Wuteneffekte Gute alte Zeit Wupp Was hab ich jetzt gemacht? Was bist du denn eigentlich? Bist du Ditte? Okay Äh, ich denk mal schon, ja Wieso? Oh, guck mal Siehste? Ein Schatten des Grubenlord So, mal gucken Cool Sache Siehste? Gut, dass ich den angegriffen habe Oh! Oh, Idiot! Ich stand die ganze Zeit in so einem Feuer da Mh Gibt es was zu essen? Ich glaube, da gibt es was zum Essen Ja, hier, das sieht aus wie diese Gewürze früher Iliitarii Iliitarii Rationen Mh, ja Hui Mhm Das mir nur aufgefallen Weil, äh, bei mir eingestellt ist, dass es rot blinkt, ne? Mh So, ein Move, ey So, ein Move, ey Joa, gut, das ist weg, weg, weg Scheiße, da oben ist noch was! Da ist nur so ein General dahinter Oh! Die müssen... Wollen wir den? Ja! Ach du Scheiße, ne? Hello! Turn your radio General? Das ist der General Was? Ja Irgendwas fehlt da! Bei mir, äh, würde noch ein Zeit Das ist der General Und jetzt müssen wir noch mal gegen ihn kämpfen Joa, muss man sagen Oh, man kann den Ball kicken, ja Huh Cool Zack Na, jetzt ist er für... Jetzt wird er nicht mehr mehr gezeigt Kommt, Brüder! Zurück in den Kampf! Fertig? Stehst du wieder hin? Hm, ja, das muss man nicht Da müssen wir hier noch kämpfen Oh, da lag grad irgendwas Irgendwas war da grad Irgendwas war da grad Ach, das ist noch so ein Typ, der damit das aufhört Mhm Hier war so ein Stein Steinchen Ich bin jetzt mal in die Höhle gegangen und pull hier so ein bisschen, weil ich denke ich bin Co-Gamer Das ist zu weit entfernt Außerdem gibt's hier ne Kiste Die hab ich auch auf Kamera? Ja, weg da Meine Das hab ich schon noch genug Ne Doch Und die nehmen an, war auch noch in so ne Höhle Hm Und ich will nicht als Asche bleiben Hier, ne, wo? Oh, was, warte Da ist in der Hand? Haha, geil Ne, ich bin angewiesen Über die... den Eingang Echt? Mhm Rechter? Du hast einen Wächter Hast du gesehen? Mhm Ja Ich glaub die kommen automatisch irgendwann, muss ja passiv sein Mhm Ich stehst ja nicht davor So, jetzt können wir zu der anderen Quest Guck mal hier ist irgendwas Guck mal hier, die muss man... da kann man helfen hier Hier ist ne... ach so So Oh je je Wie süß Du wüsst da Der selben Maschine Die haben wir doch schon Selbenmaschine haben wir doch schon Achso, ja ne, dann brauchen wir die zwei anderen, ne Ach, fäng dich doch Fallgegeben ab zwölf Jahren Echt? Kannst ja auch nicht nur mal, ne, mehr reden Schnauze Schnauze Da drüben ist das Ding Wo drüben? Ja, auf der anderen Seite ist eins Ach du Na gut, dann weiter Äh, die saugt mir das Leben ab Ja, dann lass dich doch nie besaugen hier Wie komm ich denn nach hin? Bin ich Jesus? Aber guck mal, guck mal Ja, guck mal, guck mal Der ist einig, ich hab die gehabt nur ne Ahnung, da wird sie Schnauze Wo musst du denn natürlich? Hier Ja, irgendwie müssen wir hin Ja, ne Können wir das schon Ja, raus Ne, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir zurück die Quest abgeben, aber wenn wir die Ja, okay, okay Nee, das ist ja Ja, da kommen wir irgendwie auch weiter Stimmt Da ist Ding da Da muss man springen Ding ins Kirchen Ja Geben wir jetzt ab hier? Ähm, wenn wir schon da sind, erstmal schon, ja Würde ich auch Alter, ich finde diese sind Augenstrahl voll geil Ja, ne Der fetzt richtig Da gibt's ne neue Waffe, siehste, gut, dass wir jetzt hier wollen Ähm, Moment Ach, das war ein Schulterpolster, wie komme ich auf Waffe? Ha, ha, ha He, he, he Guck mal, da ist eine Ja Ich sag dir auch nur, dass sie da ist, ich hab nicht gesagt, dass du sie nicht siehst Können wir drinnen, das ist die Frage Na, wir gehen weiter, oder? Ja, aber stimmt Schöne spinnen Schöne spinnen Schöne? Mh Die, ne, ich glaub wir müssen einfach ganz nach oben, weil die da oben ist Die spinnen sie in der Fettsäure Nicht hier unten Da Gott, Mann Ja, die anderen waren da oben halt Ja, die anderen waren da oben halt Ja, die anderen waren da oben halt So, Kollegen, macht das klar Schöne Ups, Explosion Wo? 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 Noch einer Ja Da oben Ja, da oben Da muss man wahrscheinlich auch den Weg nach da oben nehmen Okay Nein Was war das denn? Oh 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 Was war das denn? Ja, Brutark. Wollen wir den erst machen und dann... Ja, wir müssen erst mal hier den, ne? Ja, bärmlich. Zap, zap, zap. Oh, das wird als Steinchen angezeigt auf der Karte, hast du gesehen? Ja. Oh, ich glaube, hier soll man gar nicht rein. Ui, ui, ui. Dann muss man versuchen, dem einen Ansturm zu kicken, aber ich glaube, das geht nicht. Oh, da soll man vielleicht raus. Ups, Sonnenbegleger. So, was hat denn der Cooles? Oh, der hat ein Schwert. Ach so, das ist das Schwertspitze, das ist ein Anhänger. Nein, Trock. Ah, ich weiß nicht, ich glaube, wir kriegen ein bisschen mehr Crit, aber ich glaube, da ist die Beweglichkeit weg. Ich weiß nicht, was da... Was ist die wichtigste Attribute hier? Okay, das andere sind ja Verstärkungen, Beweglichkeit. Hm. Ich leg die erstmal nicht an. Ich hab die angelegt. Ich leg alles an. Hm, hm. Superstoff. Okay. Muss, hoist. Da oben, ne? Ja. Da oben, ne? Oh, da oben. Oh, da oben. Slash, hack, death metal. Ich bin. Ich muss schon weg, das Ding. Warte ich. Warte ich. Warte ich. Warte ich. Warte ich. Ich kann nicht aufmorgen. Bist du im Kampf? Äh ne. Ich kann aufmorgen. Ah jetzt ja. Ups. Okay, kann ich nicht. Kann ich doch. Kann ich nicht. Kann ich doch. Kann ich doch. Kann ich doch. Kann ich doch. Oh. Mh. Mh. Guck mal da. Ja da oben ist noch was. Zum Feuernesort. Ich treffe euch mit blablabla aber wir können auch erstmal die anderen Kress abgeben. Okay. So. Bitte. Warte. 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 In diese Richtung wo mein Schnabel hin soll. Okay. Okay. Warte. Warte. Ja. Jo Bruder. Da müssen wir den ganzen Weg wieder irgendwie runter. Komm wie? Oder kann man hier runter fliegen. Ne ich flieg da nicht runter. Ich mach mal den weg. Ich nehm den weg. und in die jünger dann kommt an wir sind die richtig das noch ein raum ob sie zu den kündig hoch Wohraus irgendwo hier proben wir uns mal an oder? Altar Alter! Oh die sind ja schon dran da! Jump into the fire! Obwohl da nur so viel Leben, ich glaub das... Zap, zap! Oh neuer Umhang, okay der Umhang ist komplett besser als... Wohraus Meine Truppen... Meine Truppen... Ich habe euch bescheint! Ich bin grad richtig lange geflogen! Uke Uke Weiter! Weiter... Uke Wohraus Zungen haben meinen vorzeitigen Tod gefunden! Uke 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 Ich bin grad dabei... Wie Lass doch nicht steuern können weiterkämpfen Ja, wo wir Zoom abgeben Stopp das Bombardement 50 Quels abgeschlossen, wie man jetzt das Screenshot Ah ja, was man hier auch holt damit in dem Zelt, danke schön Dir auch oder? Oder hast du nicht? Ne hab ich nicht Ne, wieso nicht? Also wir machen doch dasselbe Keine Ahnung